Ich brauche einmal das hier. Achso. Äh. Ach komm. So. High Power Ziefenrohr. Und ich hätte dann gerne noch eine Faustwaffe. Magnum, viel Genauigkeit, viel Schaden. Niedrigere Reichweite, aber das haben wir alle. Niedrigere Schussfrequenz. Ich glaube ich habe da zwei Aufsätze, okay. Ähm. Die Laufverlängerung. Und. Achso, ich habe nicht genug Geld. Naja, gut. So. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Sehr schön. Ich muss noch eben das umstellen. Da bin ich. Verdammt. Da bin ich hin. 200 Meter. Äh. Steh. Ah. 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 Döööö. Na. Gehst du. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Ne, er will nicht das Auto nehmen. Dann will ich dein Auto. Aus dem Weg. Ja, oder? Mein Freund. Er bleibt aber. Er bleibt auch. Da hat Nicky Form aus. Es stehen die Arschgeige. Äh. Ich muss da runter. So. Mehr in die Richtung. Ups. Oh. Ah. 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 Ich sehe. Okay. Oh Gott. Komme ich da rüber? Na, Brücke ist noch ganz. Oh Gott. Oh mein Gott. Au. Auto funktioniert noch. Hat bloß keine Windschutzschweide mehr. Macht aber nichts. So. Irgendwie ist das nicht genau das, wo ich hin wollte, wa? Oder doch. Ich bin verwirrt. Mach zu. Ist das verdammt. Wir haben sich hin. Nein. Na los. Wo redest du hier? Hm. Okay, Bruder. Amt. Wo? Nee. Innen drin? Jetzt wirf. Ah. Egal. Gut dich zu sehen, Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Hey, ja, ja. Bin schon dabei. Ich mach ja. Ich mach ja. Jason! Leg das C4! Ich bin doch dabei. Der Konvoi ist unterwegs. Sie fragt unseren Sieg vorher. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun. Was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst doch zurück, oder? Ja. Okay. Bis bald. Bin da, bin da, bin da, bin da. Ich hörst nicht. Da muss ich da hoch oder das? Ah, super. Hey, 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 hey. Ich hab doch eins. Äh, Moment. Nein? Fuck. Naja, gut. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengesätze aktivieren. Die Jungs sind keine Pirat. Die sehen nicht aus wie war's Männer. Mann, oh Mann. In der Hölle sind die Kerle. Die sehen organisiert aus. Die sehen aus wie Soldaten oder sowas. Ich will die nicht abschießen. Alter. Irgendwie treff ich wieder nichts. Danke. Da ist noch einer. Sind das meine? Nee, ne? Da ist noch einer. Ach, fuck you. Eins. Zwei. Ich will ja... Das sind bestimmt die auf meiner Seite sind. Die schieße ich jetzt natürlich ab. Wo? Was? Da. Da. Fack. Zack. Ha, 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 ha. Puh. Verdammt. Da. Gerne zu viel Schuss habe ich jetzt nicht mehr. Shit, 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 shit. Was? Ich laufe ihm nach. Ha, 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 ha. Das ist ein Scherz. In welchen LKW? Oh. Ich renne im fucking LKW hinterher. Ach, in die in LKW. Und jetzt den Konvoi erreichen. Okay. Ach, scheiße. Leute, es steht im Weg. Nee, das sind... Das sind die Bösen, okay. Oh Gott. Da. Ich soll was? Ich hätte den bekloppt. Oh nein, falsche Seite. Oh mein Gott. Oh. Okay, ich brauche eine andere Waffe. Oh. Oh. So, Moment. Ich bin hier. Ach, da sind die Gefangenen drin. Ach so, stimmt ja. Ich bin ja... Oh nein. Das sind die Gefangskad voyage. Fuck. Hab ich dir schon mal schon gesagt, dass die Definition von Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße... So wie schon mein Let's Plays, wa? Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen und dachten, dieses Mal wird's anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht. Wie? Du mich anglotzt! Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Grund? Glaubst du etwas mehr verarscht? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! So gut, Marco. Chill, Marco. Ich beruhige dich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist getötet. Habe ich dich schon mal? Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, scheiße! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Komm ich raus! Okay. Ich muss ganz schnell Leer das drücken. Okay. Verschwinde! Was denn? Oh, keine Kraftausdrücke. Okay, Wahnsinn ist, wenn man dieselbe Scheiße immer und immer wieder versucht. Und denkt man, es ändert sich was. Also ist er quasi auch verrückt, weil er versucht, mich immer und immer wieder zu töten. Aber er hat es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich hätte gerne genau das. Okay. Aber bei uns ist das gleiche. Wir versuchen auch immer und immer wieder, den zu töten und kriegen es nicht hin. Sind wir denn auch verrückt? Ah, wer weiß. Den Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Du kannst ja gar nicht. Fuck, 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 fuck. Okay, ich muss erst mal gucken. Wie ich hier... Ich würde gerne den hier oben töten. Aber das gibt so nichts. Okay. Fuck. Nee, ich mach das anders. Und zwar geh ich hier wieder runter. Nein. Ach, du Depp. Geh da. Danke. So, den hole ich mir als nächstes. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Und... Ich warte nur auf den richtigen Moment. 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 War das jetzt kacke? Fuck. Was? Ach, Gott. War jetzt aber so blöd von mir. Okay. Oh. Fuck. Fuck you. Ah. Ach komm Ja ja ist gut Ich brauch Munition Das wird nix Das wird nix Das wird sicherlich nix Na klasse Ach gut ok Das war jetzt blöd Aber das kriegen wir noch besser hin Nur keine Sorgen Alles sind von vorne Klasse Einmal Dieser Krieger nimmt er nicht mit So Zack Danke Ok Ok Muss ich kurz warten Achso Stimmt das könnte ich mal probieren Na ja gut Der Helikopter Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht Achtung Das war saumäßig blöd Fuck Jetzt hab ich trotzdem nur 5 Minuten Klasse ey Das wird nie was Ich will ne andere Waffe Ich will die andere Waffe Hallo Nix die scheiß Waffe Danke Klasse Jetzt hab ich n fucking Ach komm Ach komm Ach wie der mit so'n scheiß Fernglas Sniper Rifle Gedöns Ja Fernglas Richtig Fernglas Och Leute ey Eine coole Szene Und dann kommt wieder so'n scheiß Ey Kann er nicht einfach nur Story haben Ohne Das Geballerdings Dieser Krieger nimmt er nicht mit Na gut Fuck Das war scheiße Kein Doppel-Takedown Okay Wir gehen mal in die Richtung So Zwei Drei Vier Das fahren aber 100 Pro Noch nicht alle Ich hasse es hier Okay Ich werd's trotzdem so machen Wie grad eben Stimmt ey Aber wieso hab ich denn jetzt nur die eine Waffe Hab ich die nicht mitgenommen Hatte der nicht Äh Doch Ich bin so doof Ich bin so doof Ich glaub's gar nicht so doof bin ich Ihr wollt mich verarschen Was kann ich die mitnehmen Nimm die mit Ich häng's Waffe jetzt auf Ne Er will sie nicht aufnehmen Naja gut Okay So Alter Ihr könnt mich mal kreuzweise BAM Ich Erinnst Den Hupfraubern Ist er recht Ich Ramm mich in den Tosen Alter, ich kotze gleich. Das gibt es doch nicht. Danke. Alter. Jetzt gehörst du mir. Ich spinne dir. Ich habe wieder keine Munition. Das ist so klar. Fuck you. Oh, hier ist keine Munitionskiste. Warum? Was habe ich jetzt eingesammelt? Habe ich jetzt... Ah. Da. Ohohohohohoho. Jetzt, meine Freunde, geht's ab hier. Ja, die können mich doch alle mal im Arsch lecken. Habe ich jetzt alle? Nein, natürlich nicht. Okay, ich muss essen. Okay, ich muss essen. Kann ich nicht das Ding hier benutzen? Oh, doch, kann ich. Oh, jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's Zeit. Oh, danke. Okay. Yeah, Jason. Fuck. Ja, das war so klar. Jason, das war so klar. Ach, Mann. Ja. Ja. Oh. Ja. Tschüss. Ach nein, jetzt kommt der schon wieder. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist. Oh, fuck. Getötet wird er mich wahrscheinlich nicht haben, sonst wäre es Spielschiff vorbei. Was ist das? Oh, you can't help that, said the cat. We're all mad here. I'm mad. Oh, das kannst du nicht ändern, sagte die Katze. Wir sind alle toll. Hier, ich bin toll. Du bist toll. Mad heißt doch nicht toll. Woher weißt du, dass ich toll bin, fragte Alice. Du musst es sein, sagte die Katze, sonst wärst du nicht hergekommen. Mad. Mad heißt traurig. I'm mad. Also, Sad natürlich auch, aber mad ist doch... Hä? BTF? Oh Gott, finde ich jetzt die FH... Was das alles ist. Fuck. Wir sind von den Toten zurück. Dennis. Kissen. Dennis. Wie ist das möglich? Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Das war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag, Citra, ich komme. Okay. Ich sag's dir sofort. Ich bin jetzt. Ich bin grad... Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Ich muss Unmengen von Menschen nach oben geklettert. Ekelhaft. Okay. Ach Gott, da können wir wirklich hinlaufen. Das sind nur ein paar hundert Meter. Alter. Das war... Alter, bist du bekloppt? Das sind Gegner, du Pfeife. Ah, super. Klasse. Scheiße. Das brennt mich auch beim Fissen. Ja, natürlich. Ach, fuck. Der hätte ich ein Messer werfen können. Ah ja, gut. Okay. Egal. Und was ist das für ein Gestalt? Habe ich alle? Oder zählt der Köter auch noch? Gibt's überhaupt Köter? Ja, ne? Ach, egal. Spielkarten... Knarre. Ach, bist du blöd. Doch nicht mit der... Äh, doch nicht mit der... Ach, egal. Ja, vergiss, muss ich sagen. So. Doch nicht mit der Leuchtpistole auf den Hund schießen. Das wollte ich sagen. Wo ist meine Munizie? Wo sind meine Sachen? Hörst du auf? Und warum haben die... Warum hat keiner von denen... ...ne Waffe dabei? Leute, das ist doch scheiße. Dahin muss ich... Nein! Und? Ah. Okay, ich werde jetzt nicht ganz schlau draus. Ich habe jetzt das hier. Ich habe gesehen, dass da einer steht. Dann hätte ich langsam gemacht. Hat mich gerade nicht jemand angeboten?